erst mal über den kleinen see das war aus zufall das gefällt mir ganz gut und nun vorsicht hier runter willst du hier noch so slabs oder so hin machen damit man schon dachte ich mir zuerst aber ich glaube das brauche ich nicht ist nicht so richtig und hier hier wollen schild platzieren jetzt bin ich ja gar nicht cool dass das hier so so freigestaltet ist also nicht irgendwie so so mal ein bisschen abgelegter ja das auch aber so so natürlich sagen werden natürlich gestaltet ja einfach nur hier den den berg da gesucht gefunden und einfach reingebuddelt ja genau als klar du kannst da wirklich kilometer rein kilometer weit rein bauen er ist einfach nur stein aber das kohle übrigens die hole ich mir ja kohle ist wichtig ach sehr schön hier ist einiges hast du gerade fackeln da und ich habe sechs fackeln die kannst du gerne haben aber auch voll wenig fackeln die liegen oben genau so dann möchte ich mir eben schauen ob wir noch irgendwo fackeln haben würde sagen fackeln haben wir nur bei uns immer in den taschen hast du jetzt irgendwelche rüstungen gemacht ja habe ich gut bin gespannt den kleiderständer gleich mal in aktion zu sehen sage ich mal habe denn in meinen köchner nicht begutachtet ich auch nicht ach hier ist einiges an kohle sehr schön war das ist echt toll denn den steinbruch können wir auch für kohle verwenden wer soll alles dann wieder kohle ja und hier ist doch was kohle ist wichtig es wird langsam wieder dunkel also weiß ich würde mir mein bett machen das mache ich jetzt gleich mal bett machen bett machen bett machen bett machen mal sehen ob wir wolle haben und ganz wichtig mal sehen mal sehen ob wir holz haben habe ich jetzt ein bisschen bammel dass wir kein holz haben so ich wollte einen kleiner ständer mal eben ja ich komme mal zurück und würde mich dann direkt schlafen legen bin friedlich hier alles bin ruhig auch zum abend und so langsam weißt du so langsam kommt hier auch mal ein bisschen wie soll ich sagen ich finde dafür irgendwie nicht die worte die wege hier verpassen dem einfach bist du überhaupt da ne ich bin hier in meinem haus ja ich meine eigentlich ja ich bin da ich bin da die wege verpassen irgendwie auch monster sind bei mir will sich hinlegen oder was also willst du schlafen gehen oder willst du noch ich will schlafen gehen aber die monster sind in der nähe alles klar immer noch monster ich würde einfach mal zu dir gehen ja ich habe zwei betten was zwei betten der gern kann ich mir davon eins nehmen ja klar also ich habe zwei betten hier stehen würde die ein bett anbieten aber nicht zu mitnehmen ach so ich habe genug holz dabei also dann könntest du mir eins machen eben ja ja klar wo bist du wirst das schlafzimmer oben ne 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 hier hinten da ach so warum soll es auch oben sein ne oben bin ich noch nicht boah so ein riesiges labyrinth ich dachte mir schon solchen labyrinth machen der bräuchte jetzt nicht mehr so und man schaut nämlich direkt am kleiderständer siehst du hier das bild das siehst du jetzt wahrscheinlich nicht bei mir ist hier ein creeper kleiner kleiner typ anderer kleiner typ und der um schwein reitet und blümchen und alles voll süß voll süß voll süß ok so ja du wolltest wollen haben ja genau da wollen ich noch einmal den kleiderständer ich könnte so abends gar nicht einschlafen wirklichkeit wäre viel zu gruselig ja coole sache und kleiderschrank habe ich auch noch nicht gemacht ja ich auch nicht es ist sehr cool jetzt weiß nur nicht was hier noch ein kommt ein spiegel willst haben rahmen und was helles da reiner brauchst du auch noch holz weil ich brauche kein holz ok sehr gut so mal sehen wo ist denn die nächste werkbank da bei dir war einer überall truhe und ach das ist so ein hier wieder dieser moment wo man die neuen truhen bei einem fremden ort hier durchstöbert ja komm platziert doch was im ofen oder nee wollte ich nicht ich wollte kraften ich wollte genau ach hier kann ich wirklich was schmelzen mal sehen was habe ich denn für kohle 43 wie geht denn wo ist denn locker nee holz unten wahrscheinlich und graue wolle ok naja das ist jetzt nicht so ein richtiger wahrer spiegel aber was willst du machen es geht auf jeden fall besser aber er fällt jetzt gar nichts ein oder mach mal warte ich habe hier gerade diese birke ich habe einfach nicht gedacht dass das so klein alles ist ach scheiße kann ich es nicht von oben rum bekommen hat dreckiger spiegel da ist jahrelang nicht angefutzt ja weiter um ein gedanke ich weiß nicht ja das ist ein bisschen bisschen doof einfach dann nicht sonst irgendwas vielleicht zäune in einem kreis und dann in der mitte was ja könnte man probieren warte aber da müsste man eigentlich ein stück von der wand wegnehmen aber von außen würde ich gar nicht hinsehen weil es glaube ich sogar hinten rechts sind wir jetzt gerade oder hinten links ja trotzdem wenn man einmal das herum geht und dann auf einmal so ein zaun da in im haus sieht oder so also in der wand selber ist schon komisch vor allem weil auch der kronleuchter hier als zaun ist das sieht ein bisschen seltsam alles aus gut ich hau dann wieder ab und guck mal was ich ich wollte jetzt noch auf meiner liste stehen jetzt noch einmal diesen zombie hier auf die fresse schlagen naja also das mit zaun sieht auch nicht gerade gut aus warte ich komme einmal rüber oder warte mal warte mal ganz ehrlich im schlimmsten fall würde ich sogar noch nehmen natürlich sieht das weil jetzt kein spiegel keinen echten spiegel gibt komisch aus was ist das schnee nieder das wolle das das einzige was mich eigentlich stört ist oben und unten dass sie so fett sind würde wäre es nur ein balken davon dann wäre es ja okay aber zwei also da können wir auch eigentlich nur mach mal den das ding ins alles weg habe ich auf meinen bildschirm gezeigt und das wäre auch kacke aber vielleicht würde das alles so ein bisschen getarnt werden wenn ich so eine art ich habe hier noch was das könnte auch noch in ordnung sein ich habe gerade übelst du da bist du mir okay ich mag die aber naja ein bisschen scheiße aus ja ich dachte mir vielleicht kann das noch so ein bisschen getarnt werden wenn wir hier so eine art kommode hin machen so eine abstellfläche stimmt ja ja so dass alles eben ein bisschen aus der wand rausguckt mal sehen wir müssen irgendwie rumexperimentieren ist eben nicht so einfach ich habe das gesehen ich weiß wenn es wird weiß ich weiß ja sonst ist das so langweilig für die zwischendurch ich freue mich immer wenn ich dann mich im video sehe so dass das das verpiss dich so und dann hier als schublade oder so das habe ich auch schon öfters gesehen also noch was reintun nee ich glaube nicht hatte sagte habe ich nicht so was nee das klappt nicht na ja es ist zu klein dachte hier die schwarzen striche könnten vielleicht schubladen hatte aber da könnten auch direkt die schwarzen striche hier von den großen schublade hast du hast du dickswurms die eiche oder so was ich gehe mal neben raus ich habe eichenholz unverarbeitet ja wäre gut steckt das mal da rein und schau mal wie es aussieht ob das aussieht wie so ein knopf oder so dem man dann halt so raus zieht ja genau so sieht es aus das stimmt das ist auch eine idee dass man einfach so einen knopf nimmt zum zum ziehen ja ja ich glaube besser kann man das einfach nicht machen naja ich würde es auch so lassen das ist eigentlich ganz gut es wäre halt nice waren die die blöcke noch irgendwie zuschneiden könnte wissen du ich bin grad holzfarben okay ach du hast es gar nicht gesehen okay ja ich lass das mal so aber das ist eigentlich die beste idee was man machen kann ich hau dann auch wieder ab alles klar wie wärs denn mit einem gästezimmer oder so ja ich werde auf jeden fall ein kinderzimmer oder alles machen was willst du denn in gäste zu reinhaben auch so bett und so weiter ähm bett und schrank vielleicht nochmal eben wenn ich grad mal bei dir übernachten muss oder so das wäre so eine idee äh was wollte ich denn jetzt ich wollte ach so was steht denn jetzt auf meiner list kanalisation lass ich jetzt mal kanalisation krass na eben dieser dieser äh wie heißt es diese wasserverbindung eben unterirdisch ja ja ich weiß was du hast unter der unter deiner toilette oder so ne ähm Strom und telefonleitungen ist auch eine geniale idee so fette strommasten ja das ist ja auch cool aber dafür bräuchten wir im idealfall äh was ist das fäden ne doch fäden glaube ich grad oder so das sieht eigentlich ganz gut aus so hm ich wollte noch weiter machen aber was ich jetzt als nummer eins machen wollte ist ein wohnmobil ok bin ich mal gespannt wie du das machst ich auch und ich würde gerne nachdem ich jetzt diesen schrank hier fertig gemacht habe eine weitere aufnahmepause machen ne das noch nichtmals ähm ich würde gerne in never gehen ok ja dann machen wir das wenn du block hast ja wenn wie gesagt wenn du die nötigen sachen ja stimmt ja du kannst erst mal anfangen zu bauen ich muss erst mal obsidian fahren ja eben das dauert ein bisschen wie willst du denn mal eben an sowas kommen denkt ob man denkt man daran das schaffe ich dann irgendwie ja wird wohl auch nochmal ein paar folgen in Anspruch nehmen ja mach der Creeper fertig renn nicht einfach dran vorbei und dann fertig Leute bleibt einfach stehen wieso bleibt ihr stehen du bist ein Cheater ein Cheater ein Cheater ein Cheater wo stelle ich das Ding denn hin welches Ding das Wohnmobil das Wohnmobil keine Ahnung ich wollte es gar nicht so weit weg bauen ich glaube ich mache es einfach hier an der Seite das wäre der perfekte Rob voll cool unsere unsere Baumzucht da vorne ist cool Mikrofon Muted Mikrofon Muted so wie geschieht du bist auch weg ja ne ich bin jetzt nicht mehr klar weg für mich spielt hier noch ok was brauche ich denn ach du scheiße was ist denn das ich glaube ja Papa ich glaube nehm mach die Sätze hier ja Papa mach ich 100 Boah du hast wahrscheinlich mich grad gefragt ob ich wieder hier bin oder ob ich überhaupt nicht hier bin oder ob ich überhaupt nicht hier bin